Also, warum gefällt dir Finke so gut? Finke gefällt mir so gut, weil die Sachen ziemlich bequem sind und auch mal was anderes sind als die ganzen anderen Klamotten, die es gibt. Zum Beispiel, es gibt Röcke, die haben so Hosen, die sind unten ran genäht, so kurze mit Punkten und Kreisen und so, oder auch so Zipfelmützenjacken oder Pullovers oder so. Das gefällt mir da richtig und ich finde da auch irgendwie so toll, dass da alles immer so, naja, es ist halt anders als die anderen und das ist mal irgendwie was anderes.